Moin ihr Sonnenscheine. Newsupdate zum Thema Anschlag in Solingen. Tote nach Attacke in Solingen. Bei einer Messerattacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen hat es nach Polizeiangaben drei Tote und vier Schwerverletzte gegeben. Der Täter sei flüchtig. Nach ihm werde mit einem Großaufgebot gefandelt. Tatort ist der Frohnhof, ein Marktplatz in der Innenstadt. Die Polizei löste Großalarm aus. Die Hintergründe sind bisher unklar. Die Stadt richtete ein Lagezentrum ein. Nach dem Angriff wurde das Festival vorerst beendet. Tausende Menschen verließen die Innenstadt. Mehr Nachrichten, Tagesschau.de ürtel